Einen wunderschönen guten Tag zu dieser ganz speziellen Short News und warum die so speziell ist, das erfahrt ihr am Ende dieser News. Aber erstmal kommen wir zu den Themen. Als allererstes gibt es eine relativ positive Nachricht, denn Emily Rogers hat nun vermeldet, dass bisher noch elf Spiele völlig unangekündigt für die Switch im Portfolio von Nintendo stecken. Angeblich nennt es sich hierbei nicht um Animal Crossing, Yoshi, Pokémon und so weiter, sondern um wirklich nagelneue Spiele. Sechs Spiele sollen wirklich brandneu sein und davon zwei im E-Shop und vier Retail-Spiele. Außerdem soll es noch zwei Wii U-Ports von 2013 geben. Das könnte zum Beispiel Super Mario 3D World sein oder auch Pikmin 3. Außerdem soll es noch einen geheimen Titel von Retro geben, der noch nicht angekündigt wurde. Aber da ist man sich nicht so sicher, ob der überhaupt noch kommt oder auf Eis gelegt wurde für Metroid Prime 4. Und ja, das soll auf jeden Fall dieses Jahr noch alles angekündigt werden. So ziemlich konfirmt sollen die Metroid Prime Trilogy sein und ein neues Labo-Set. Auch das zählt sie unter neue Spiele. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. 2019 scheint auf jeden Fall noch um einiges interessanter zu werden, als das bisher schon der Fall war. So und jetzt kommen wir mal zu einer Sache, warum diese News hier so speziell ist. Wie ihr seht, blende ich keine Fotos ein, es läuft keine Musik, es lief kein Vorspann. Und das wäre die News, wenn Artikel 13 durchgesetzt wird. Und warum spreche ich jetzt schon wieder so speziell von Artikel 13? Ja, weil der durchaus diesen Freitag beschlossen werden könnte. Julia Reda, eine Kandidatin der Piratenpartei, hat wohl die neuesten Dokumente zu Artikel 13 jetzt geleakt. Beziehungsweise hat dieses Dokument mal aufgeschlüsselt. Und dieses Dokument ist wirklich alarmierend. Ich habe euch unten auch nochmal Rechtsanwalt Solmigke verlinkt. Der hat auch schon darüber berichtet. Und zwar hieß es ja vor einigen Wochen noch, dass sich elf Länder in der EU gegen diese Urheberrechtsreform entschieden haben. Aber das soll wohl nicht so ganz richtig gewesen sein. Der eigentliche Hintergrund, warum das nicht verabschiedet wurde, beziehungsweise in die neuen Trilogverhandlungen bisher genommen wurde, ist, dass sich Deutschland und Frankreich nicht einigen konnten. Frankreich hatte die feste Position, ja, jede kleine Webseite, egal wie lange sie existiert, egal wie viel Umsatz sie macht, egal wie viel sie am Tag an Artikel bringt oder ähnliches, soll mit Artikel 13, also Uploadfiltern, ausgestattet werden. Und Deutschland hat gesagt, naja, wir wollen es nicht so übertreiben. Kleine Firmen, die unter 20 Millionen Umsatz im Jahr sind, die sollen vom Artikel 13 verschont werden. Und wie soll es sein, Deutschland und Frankreich haben sich laut diesem neuen geleakten Dokument jetzt geeinigt. Und das macht Artikel 13, wie er bisher war, also diese abgeschwächte Form, völlig hinfällig. Und der wird sogar noch ein bisschen krasser als die originale Form. Denn man hat sich um einen Kompromiss bemüht, der allerdings eine neue Klausel enthält. Die Voraussetzungen dafür sind, erstens, die Plattform ist jünger als drei Jahre alt. Zweitens, der Jahresumsatz beträgt weniger als 10 Millionen Euro im Jahr. Und drittens, die Plattform hat weniger als 5 Millionen Nutzer im Monat. Aber jetzt ist noch ein neuer Absatz dazu gekommen. Und zwar sieht Artikel 13 vor, dass dies für alle profitorientierten Plattformen gilt. Das heißt für die Webseiten nichts anderes, als dass zum Beispiel auch ein Patreon jetzt betroffen werden könnte. Das heißt, dass Patreon, was unabhängige Journalisten unterstützt, ohne dass sie sich von jemandem abhängig machen müssen. Auch Patreon müsste dann darauf achten, dass keine urheberrechtlichen Inhalte hochgeladen werden. Und man kann ja zum Beispiel Podcasts publizieren auf Patreon mit einem eigenen RSS-Feed. Aber das ist gar nicht das Ding, denn auch alle anderen Webseiten, die in irgendeiner Weise Profit machen wollen und eine dieser drei Voraussetzungen, also jünger als drei Jahre alt, weniger als 10 Millionen Euro oder weniger als 5 Millionen Nutzer pro Monat, nicht erfüllen. Das heißt, nur eine einzige muss davon nicht erfüllt sein, sind in Zukunft dann verpflichtet, Upload-Filter zu installieren. Beziehungsweise sagt man denn hier wie immer, nein, ihr müsst keine Upload-Filter installieren, wenn ihr dann garantieren könnt, dass auf eurer Plattform nichts urheberrechtlich schützenwertes hochgeladen wird. Und das Ding ist, so eine Software ist halt richtig teuer. Also ein Patreon könnte sich das vielleicht noch leisten, aber alle anderen, die sowas halt erfüllen, beziehungsweise nicht erfüllen, sind dann so ein bisschen in den Arsch gekniffen. Das heißt, am Ende ist Artikel 13 noch viel schlimmer als das, was wir am Anfang hatten. Und das ist echt krass. Ich habe euch unten nochmal den gesamten Artikel der guten Frau verlinkt. Es könnte nämlich schon sein, dass diesen Freitag nochmal die neue Abstimmung stattfindet für Artikel 13 und die dann am Montag in den neuen Trilogverhandlungen, wo sie ja bisher nicht drin war, nochmal verhandelt wird. Also das heißt, wenn am Montag beschlossen wird, dass Artikel 13 durchkommt, dann ist das Ding endgültig gegessen. Trotz einer Kampagne auf Change.org mit mittlerweile 4,7 Millionen Stimmen, die dagegen sprechen und immer wieder wird dieses Thema aufgerollt, so oft bis alle sagen Ja. Und warum will man das unbedingt machen? Weil die Neuwahlen im Mai sind und bis dahin will man das so schnell wie möglich durchdrücken, damit das erstmal vergessen ist. Das Einzige, was ihr dagegen machen könnt, ist euch die Adresse eures EU-Vorsitzenden im Parlament zu besorgen und dem zu schreiben, hör mal mein Freund, wenn das jetzt durchgeht, dann kann ich dich leider nicht wiederwählen. Vielmehr kann man jetzt dazu leider nicht sagen, ich weiß es auch nicht, was dann passieren wird, wenn Artikel 13 jetzt durch ist. Viele sagen dann zwar, naja, das wird schon nicht so schlimm sein. Das Ding ist, ich glaube noch nicht mal, dass es dann laut dem Gesetz so schlimm wird, also dass man dann gleich von der Plattform fliegt oder ähnliches, sondern ich glaube eher, dass die Abmahnindustrie, also die Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, gegen Gesetzesverstöße mit hohen Summen reinzugehen, da sich richtig schön die Hände reibt. Und so kann es passieren, dass zum Beispiel einer mich oder auch ein Kollegen einfach meldet, sagt, guck mal hier, der hat den Track in seinem Stream abgespielt und zack, hat man das erste Schreiben zu Hause mit über 10.000 Euro, die man doch bitte bezahlen soll. Und das wird einfach unabhängige Streamer, Plattform oder ähnliches total rippen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Abmahnschreiben bekomme über 10.000 Euro, dann tut es mir leid, dann ist die ganze Schose hier vorbei. Und warum mache ich jetzt diese News so einfach? Normalerweise dürfte ich nicht mal dieses Regal im Hintergrund haben. Warum? Weil da der Playstation-Schriftzug zur Erkenntnis, das ist ein eingetragenes Markenzeichen, könnte von einem Algorithmus als Copyright-Verstoß gesehen werden und wird dann quasi im Vorfeld schon aussortiert. Abgesehen davon, naja, wir sind ja nicht wirklich gefeit vor falschen Algorithmen, das hat auch YouTube alleine schon mit der Demonetarisierung vor zwei Jahren bewiesen. So, das war eine etwas längere Short-News, aber ich wollte sie gerne im Short-News-Format halten und ich hoffe, ich konnte euch nochmal ein bisschen aufklären. Sicherlich habe ich nicht jeden Punkt begriffen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Kacke richtig am Brennen ist mit dem Mist, sage ich mal. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Unten ist die Petition und sucht euch, wie gesagt, die E-Mail-Adresse für euren Parlamentsvorsitzenden raus. Und ja, ich hoffe, es wird alles gut gehen am Freitag und am Montag. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.